Vielen Dank. Man spielt so manche Räume in seinem Leben, für die man lange probt. Bevor sie auf die Bühne kommen, reife ein Theaterstück. Was für Märchen, was für Dramen, was für Lügen, heiße Liebe, alles bringt das Drehbuch mit. Gehst du auf die Straße und gehst du durch die Stadt, begegnest du dem Karneval des Lebens. Er reißt alles mit. Bunte Masken und Kostüme und niemand weiß, wer drunter steckt. Spielt der Zordel gern den Starken, obwohl er fast zusammenbricht. Kommen dir die Tränen nie zur rechten Zeit und stehen Gedanken dir im Weg. Und kannst du deinem Mund die Worte nicht verzeihen, die Worte nicht verzeihen. Du stolperst über deine Füße und kannst dein Kopf dich nicht verstehen. Was für Freude, was für Ziele, reine Wahrheit, starke Sehnsucht, alles bringt das Drehbuch mit. Gehst du auf die Straße und gehst du durch die Stadt. Welche Runde spielst du morgen in deinem Kabarett? Gehst du auf die Straße und gehst du auf die Straße und gehst du durch die Stadt, Begegnest du dem Karneval des Lebens. Er reißt alles mit. Bunte Masken und Kostüme und niemand weiß, wer drunter steckt. Spielt der Zordel gern den Starken, obwohl er fast zusammenbricht. Spielt der Zordel kasih. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020